Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Ich habe lange überlegt, wie ich diese Besprechung anfange. Ich dachte, soll ich den Turtles Titelsong von Frank Zander turnieren? Soll ich einfach irgendwie total was Geiles erzählen, von wegen, hey, die Turtles waren eigentlich mal so ein Underground-Comic und total brutal und schwarz-weiß? Oder sage ich einfach nur, hallo, willkommen am Tele-Stammtisch zu besprechen von Tina Schmutz, Nina Turtles, Mutant Mayhem? Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich ja auch nicht so vorschnell einfach angeben möchte. Wir überreden heute die neuen Turtles-Filme, das sollte klar sein. Und ich bin nicht alleine, ich habe nämlich die Bebop zu meinem Rocksteady dabei, die Schlager. Hallo! Und ich bin immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Schlauer. Ja, super. Wenn man über die Turtles redet, dann muss man natürlich auch ein bisschen ausholen und sein Gegenüber auch fragen, wie sie oder er zu den Turtles steht. War es vielleicht der allererste Turtles-Film? Weißt du, was die Turtles sind? Weißt du, was die Turtles auszeichnet? Oder lachst du nur müde und sagst so, 1988, da habe ich schon im Turtles-Pyjama die Serie auf RTL geguckt. Wie war es bei dir? Ja, gut, dass du die Frage stellst und dass ich mir nicht total bloß stellen muss, denn es war tatsächlich wirklich mein erster Turtles-Film. Und da kann ich gleich noch hier ein Geständnis machen und ich habe schon Angst, dass das Geständnis, keine Ahnung, dass es schlimmer wird, als wenn ich jetzt sage, dass ich AfD wähle oder, keine Ahnung, dass ich sage, dass man sich nur einmal im Monat die Zähne putzen soll. Ich dachte bis vor ein paar Jahren, dass es bei den Turtles so ist wie bei Tick, Trick und Track. Also, dass es völlig egal ist, wer welcher ist, dass die austauschbar sind, dass der Grüne ist einmal der, ist einmal Track und einmal der mit der blauen Mütze. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Mittlerweile weiß ich sehr viel mehr über die Turtles. Entschuldigung, ich muss kurz, ich muss gerade zu, das war jetzt hart für mich. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, macht nichts. Also, ich meine, ich habe vor Urzeiten, als es noch dieses große böse C gab, was verhindert hat, dass Neustarts in die Kinos kommen, meine ich, habe ich hier mal bei Mathilde Schamptisch die ersten Filme der Turtles besprochen. Deswegen mache ich es kurz. Der erste Turtles-Film von 1990 ist der Film, der meine Kinoliebe geweckt hat. War nicht mein erster Kinofilm, aber der Kinofilm, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie groß und großartig Kino sein kann. Ich habe davor die Trick-Serie gesehen, ich habe davor die Videospiele gespielt. Ich hatte ein Turtles-Kissen bekommen, irgendwann mal zu Weihnachten. Das hat meine Mutter weggeschmissen, als ich, glaube ich, 17 Jahre alt war, weil dieses Kissen irgendwann gesagt hat, töte mich. Ja, und ich bin wirklich Turtles-Fan. Ich bin jetzt kein so großer Fan, dass ich Turtles-T-Shirts habe und ich habe auch die ersten Comics von Kevin Eastman, die ja so underground sind, habe ich auch nie gelesen. Und man muss ja auch sagen, die Turtles, was viele Franchises für Kinder ja machen, die erfinden sich ja auch gefühlt alle 5, 6 Jahre neu. Neue Stilistik und ja, für mich waren die Turtles halt immer die Turtles Ende der 80er bis Anfang der 90er. Und dann kam ja Michael Bay 2014, 2016 mit seinen zwei Turtles-Filmen, die ich ganz furchtbar fand. Hast du die gesehen? Ne, aber ich habe die Trailer gesehen und ich habe dann auch, ja sonst hätte ich ja voll gelogen, dass mein erster Turtles-Film ist. Wobei man ja vielleicht dann sagen könnte, das ist kein Turtles-Film für mich. Genau. Und rückblickend, da ich ja jetzt ein bisschen mehr drin bin, auch in der Charakteristik der Turtles, verstehe ich auch gar nicht, das funktioniert doch gar nicht, die sind ja viel zu alt. Das sind doch keine Teenager und keine coolen Dudes in der Michael Bay-Optik. Das stimmt. Bei coole Dudes ist es eine perfekte Überleitung zu dem jetzigen Film, zu Mutant Mayhem, denn ich habe alle Turtles-Filme gesehen, es gibt ja ein paar. Ja, aber keiner macht es so sehr und so gut wie jetzt dieser hier, dass ich das Gefühl habe, die Turtles sind eigentlich gar keine coolen Dudes, das sind eigentlich ziemlich unsichere Teenager. Es ist glaube ich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, hey, Teenage, das wird ein bisschen ernster genommen als sonst. Ich meine, du hast jetzt keinen Vergleichswert, aber ich frage einfach mal, fandest du sie als Figuren interessant oder war das wirklich immer so einfach so, ach, schon wieder so eine Art Heldendingsbums, nur diesmal mit Halfshell. Ja, Heroes in the Halfshell. Also, obwohl ich noch keinen Trailer, keinen Film und auch keine Serie gesehen habe und auch dieses Spiel, was ja wirklich alle dann gehypt hat in dem Alter, ich habe mir sagen lassen, das ist ungefähr so ein krasser Einfluss gewesen wie für meine Zeichner-Generation Sailor Moon und das ist ja schon immens sozusagen, kannte ich die Turtles natürlich trotzdem. Also klar, ich habe ja auch zwei Kinder, also ich habe auch hier Turtles-Figuren, ich habe dann auch auswendig lernen müssen, welche Farbe welcher ist, deswegen weiß ich das ja auch, ich weiß leider noch nicht auswendig, wer welche Waffe trägt. Nach diesem Podcast wirst du es wissen. Ich wusste ja schon ungefähr, wer welcher Charakter ist, aber in dem Film war ich wirklich, ich fand die alle total liebenswert, also natürlich kann man bei Ruffy darüber diskutieren, weil da ist ja einfach der Aggro-Boy, aber die waren alle irgendwie, die waren total süß, eben dieses Teenage, sie waren eben ein bisschen unsicher, sie wollen auf die Highschool gehen und ich war total irgendwie verliebt in diese drei, beziehungsweise vier Charaktere dann. Ja. Da müssen wir ehrlich sein. Und das macht der Film auch so ein bisschen so, dann wird halt während des Films, ich glaube, so im ersten Akt erzählt halt Splinter, so ein bisschen der Mentor, der Ziehvater der vier Jungs, wie es halt dazu kam. Und da muss ich schon sagen, es gibt da eine Sache, die fand ich richtig großartig, denn in der, ich glaube, ursprünglichen Fassung, jetzt werden mich die richtig harten Turtles-Fan wahrscheinlich ausbreiten, weil es nicht stimmt, aber eigentlich ist es meines Erachtens so, dass zumindest im ersten Film von 99 Splinter eine Hausratte war von so einem Sensei, von so einem Karate-Super-Großmeister. Und in diesem Film wird das ja ganz anders erklärt, warum die Ninjas oder warum die Kung-Fu oder Nenbis, ich glaube, Ninjutsu heißt es, können. Und das ist auf so einer, es ist eigentlich total bescheuert, weil es so kann eigentlich nicht funktionieren, aber es ist irgendwie sympathisch und es ist amüsant, es nimmt sich selbst nicht so ernst. Ich finde, der Film hat durchgängig so einen Augenzwinkern und schafft es aber trotzdem, seine Figuren ernst zu nehmen und das fand ich unglaublich schön. Ja, ich habe auch, das fand ich auch so albern, dass ich eben meinen Turtles-Profi auch anhauen musste und sagte, ist das wirklich so? Kann Splinter, ist das so die Origin? Und er so, nee, also mir wurde auch gesagt, Splinter hatte eben einen Karate-Was-Auch-Immer-Meister und dass da auch eine Verbindung zu Shredder auch sei. Also, dass die beide da einen gleichen Sensei hatten im Prinzip. Genau. Und da, gut, dass du es erwähnst und ich glaube, das kann man verraten, Shredder ist ja so der Nemesis der Turtles. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Turtles-Film oder Serien-Episode, wo dieser Typ nicht vorkommt. Und bei Mutant Mayhem kommt er nicht vor. Also, natürlich gibt es Verweise und man kann schon mal, das ist ja auch mittlerweile bekannt, das ist ein zweiter Teil und eine neue Serie kommen soll. Also, er wird auftauchen auf jeden Fall, aber in diesem Teil haben sie es wirklich geschafft, zumindest für mich, ein paar sehr noch, ja, ungerührte Figuren in den Fokus zu stellen. Und das fand ich echt schön, dass ich nicht wieder so zum x-ten Mal diese Geschichte bekomme, ja, hier ist der Shredder. Ja, also man muss ja sagen, wir wollen ja hier nicht spoilern, aber es gibt eine Mid-Credit-Szene, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, mir war irgendwann klar, okay, der Shredder wird nicht mehr kommen, aber sie werden garantiert ihn irgendwie noch ankündigen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, weil das ist so, als würdest du sagen, wir machen jetzt ein Remake vom ersten Star-Wars-Film und bringen Darth Vader nicht mit rein. Ja, oder wir machen hier, keine Ahnung, Batman und Joker, ja, okay, gibt's auch. Genau, 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 das muss einfach mit rein, ja. Genau, du meintest, es werden neue Figuren für dich relativ unbekannte mit rein, da habe ich mich natürlich auch bei meinem Profi informiert, wo mir dann auch direkt Fotos von dem ganzen Merch geschickt wurden. Das wusste ich natürlich dann nicht, dass es die meisten dieser Mutanten tatsächlich, dass es einfach bekannte Figuren sind, was ich wiederum total witzig finde. Und ich glaube, das kommt bei den Hardcore-Fans dann auch sehr gut an. Kurze Frage, hast du ihn im Originalton gesehen, weil ich habe ihn in Deutsch gesehen. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen, genau. Okay, dann kommt jetzt hier mal so für meinen, also ein kleiner Kritikpunkt, ich fand die Synchro teilweise nicht katastrophal, aber ein bisschen platt irgendwie. Also im Original hast du Leute wie Rose Byrne, John Cena, Seth Rogen, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph, Ice Cube zum Beispiel auch. Jackie Chan, spricht Splinter. Ja, den finde ich zum Beispiel gut, weil da haben sie einfach die deutsche Synchronstimme von Jackie Chan genommen. Oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen, cool, okay. Ja, aber ich möchte die Synchronisation jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie schlecht ist, aber ich finde sie halt stellenweise ein bisschen, ich sag mal platt. Ich hätte den Film lieber im Original gesehen, gerade bei den Turtles. Ich fand irgendwie, wenn du die Augen zumachst und nur die Turtles reden hörst, hatte ich manchmal das Gefühl, es ist eine Person. Ja, okay, ich habe drei Anmerkungen zur Synchro. Okay, drei. Also erst, ich hätte sie auch gerne auf Englisch gesehen, weil ich, also Ice Cube spricht ja den Superfly. Superfly. Und der ist natürlich, der spricht halt so ein bisschen, der spricht halt Superfly und das funktioniert im Deutschen nicht ganz so gut. Das ist die eine Anmerkung. Dann das zweite habe ich gehört, dass in der deutschen Synchro sich dann auch wieder so typisch neumodisches Problem, Krankheit, sich so Streamer reingekrebst haben, dass sie da unbedingt eine Sprechrolle haben wollen. So a la hier Sonic, obwohl er das ja ganz gut gemacht hat. Und da ist mir keiner, ich kannte keinen von den Stimmen und im Abspann hatte ich auch keinen Namen erkannt, weil der Abspann war mit den englischen Sprachen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz gut, es dann auf Englisch zu gucken, wenn man keinen Bock auf diese, wir wollen einfach nur mitmachen, weil wir Fame sind und nicht, weil wir gut sprechen können. Das ist, glaube ich, ein Problem. Und das ein Pro für die deutsche Synchro ist, dass ein paar Wortspiele drin waren, die es auf Englisch nicht gegeben haben kann, weil es eben deutsche Wortspiele sind. Ich habe mir da mal zwei gemerkt, zum Beispiel einmal, es gibt ja diesen Gecko oder diese Eidechse und dann sagt dann einer zu ihm, ich mache dich gleich zur Schreidechse. Muss ich lachen, aber ich bin auch ein Connoisseur der deutschen Sprache. Und das andere war, dass Splinter ist ja sehr einsam da unten und will deswegen die Jungs ja auch bei sich behalten mitunter. Und er sagt aber, dass er Dating-Apps benutzt und sagt dann zu den Turtles, was denkt ihr denn, wie viele Mutanten-Tanten es auf Dating-Apps gibt? Und das war, da habe ich kurz überlegt, hä, was ist da im Original? Aber ich glaube, es ist eine sehr, ich könnte auch den Synchronsprechern, den Übersetzern zutrauen, dass die da diesen Gag reingesneakt haben, den es im Original gar nicht unbedingt gibt. Und das finde ich dann schon ganz witzig. Es geht mir auch mehr, bei mir, also die Kritik ist mehr so, ich sage mal, die Stimmen an sich. Ja, aber es ist vielleicht dieser YouTuber vielleicht, wer auch immer das dann war. Knossi anscheinend hat da mitgesprochen, ja. Ich habe keine, also ich habe den Namen gehört, Knossi, und ich habe ihn irgendwann schon mal aufgeschnappt, aber frag mich jetzt nicht, wer das findet. Nee, ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß nur, dass es einen Hype um den gibt, weil er keinen Seven vs. Wild mitgemacht hat und weil in Hamburg hier ein Riesenplakat war für irgendeine Pizza. Aber jetzt machen wir schon wieder viel mehr Werbung für ihn, als ich eigentlich will, weil ich den Typ auch überhaupt gar nicht kenne. Pass auf, lass uns über jemanden Cooles reden, den du gerade eben schon erwähnt hast und ich auch, nämlich Meister Splinter. Ähm, ist, glaube ich, fast schon meine Lieblingsfigur. Ich habe es total genossen, dass er in diesem Film halt wirklich so ein tapsiger, total liebenswerter und verängstigter Vater ist. Ähm, wir erfahren ja am Anfang des Films, warum er seinen Jungs verbietet, äh, nach draußen zu gehen. Also, die kann er sich nicht verlassen, außer natürlich, sie müssen mal Besorgung machen. Und ich konnte das echt nachvollziehen, weil der Grund ist, äh, das kann man, glaube ich, verraten, dass er es mal versucht hatte, als die Jungs noch kleiner waren. Und dann haben die Menschen natürlich nicht besonders positiv reagiert, als dann eine Riesenratte und so vier kleine Riesenbabyschildkröten da durch New York spaziert sind. Ich fand, das hat, so einfach es war, aber es hat für mich echt funktioniert. Mir tat das wirklich im Herzen weh und ich konnte ihn verstehen und dachte mir aber auch so, ja, das ist aber auch der falsche Weg. Und ich muss sagen, dafür, dass der Film, und ich habe nicht davon gerechnet, so simpel ist in seiner, in seiner, ich nenne es mal Botschaft, aber er hat für mich echt teilweise richtig gut funktioniert, emotional. Ja, ja, also, ich hatte jetzt nicht große Erwartungen an die Story, da, also, ich war vielleicht emotional nicht ganz so krass drin, vielleicht ist da auch dieses Fandom, was bei dir mitspielt. Du bist ja auch hart wie Stahl. Ja, ich habe, ich empfinde auch nichts, man kennt das von mir, ich weine auch nie, reagiere auch gar nicht über oder weine bei Kinderfilmen einfach mal so lang, dass alles von mir, alle Tops durchnässt sind. Nein, das kennt man nicht von mir, ich bin hart wie Stahl. Genau. Aber ich hatte, also, erstmal möchte ich sagen, ja, den Splinter fand ich auch total süß. Ich fand es erstmal ungewohnt, dass der so alt ist, das muss ich dann auch abklären, war der wirklich so alt? Aber ja, anscheinend soll er wirklich so alt, weil er ist ja schon, also, der ist ja sehr grauhaarig und die Jungs sind ja noch Teenager, also sein alter Papa, was auch völlig okay ist. Aber ich kann gleich eine Überleitung machen und zwar, ich wollte den Film unbedingt sehen, weil der Style, der Stil, der Animationsstil, die Optik, das sieht einfach so geil aus. Ich hatte, ich habe mir schon gesagt, die Story muss gar nicht irgendwie großartig sein, der Film wird einfach wegen der Optik, wird der mich umhauen. Ich bin ja auch, wir haben ja Into the Spider-Verse dieses Jahr und das ist für mich immer noch einer der besten Filme des Jahres, weil der so geil aussieht und auch, der ist einfach, boah, visuell ist super krass. Und da hatte ich bei Turtles eben gehofft, dass es mich da auch, dass es auch so in die Richtung geht. Also sehr viele Experimente visuell. Man sollte vielleicht erwähnen, ich persönlich, ich kann gerade mal ein Strichmännchen zeichnen, du bist ja professionelle Illustratorin, das heißt, in diesem visuellen, grafischen Gebiet bist du ja wirklich beheimatet, kennst dich besser aus. Ich bin ehrlich, ich fand Turtles und natürlich, ja, ich bin Turtles-Fan, ich fand den besser als den letzten Spider-Man. Optisch? Einem einfachen, also aus zwei Gründen. Erstens, Spider-Man wechselt ja andauernd seine Stilistik, ja. Und ich fand das so anstrengend, dass ich halt wirklich mit dem Kopf schmelze, aus dem Film rausgekommen bin. Och nein, du armer, alter Mann. Ja. Das tut mir so leid. Ich gehst du auch ins Museum und sagst dann, oh, hier hängen mehr als drei Bilder, da komm ich gar nicht mehr klar. Kommt schon, Jungs. Ey, diese Scheiß-Museen, wo mehr als drei Bilder hängen, ich hör mich mal, ganz ehrlich, ja, das ist eine Unart. Nein, aber das hat mich halt wirklich, Spider-Man hat mich wirklich überfordert. Das ist ein toller Film und visuell wirklich grandios, aber ich hatte, ich saß dann irgendwann im Kino, ich konnte einfach nicht mehr. Mir war es zu viel, ich hatte Kopfschmerzen, es war eine komplette Überforderung. Das war so wirklich der Film, wo ich gemerkt habe, ich werde alt. Der ist super, verstehe das nicht falsch. Das ist ein total toller Film, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass der super ist. Und der hat auch noch andere Qualitäten. Aber bei Turtles war es so, ich mochte die Stylistik, ich fand die erfrischend, ich fand die toll und vor allem, sie blieb immer gleich. Ja, und es ist auch, der Film ist 90 Minuten lang, ne? Also es ist halt einfach eine Snack-Able, es ist am ein Stück, kannst du dir angucken, ist halt, ich meine, Spider-Verse ist ja auch drei Stunden lang wieder, ne? Oder auch zweieinhalb, keine Ahnung, auf jeden Fall auch so lang. Was ich aber, also ich muss die zwei Filme jetzt nicht, sie gehen in die gleiche Richtung, ich will die jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber ich fand den Turtles-Film manchmal die Action schwerer lesbar. Also ich meine, es spielt ja auch oft nachts, weil es sind eben super, wenn die nachts und nacht aktiv sind. Und da konnte ich manches nicht so ganz lesen optisch. Das ist mir als einen Kritikpunkt aufgefallen. Und wegen des Stils auch, muss ich auch leider sagen, die Turtles selbst gefallen mir auch die Grafik generell. Also dass du hast diesen Sketchy, du hast da so Ruffle Lines drumherum. Ich finde es auch generell total geil, wie man 2D auf 3D mappt. Also dass du es mit 3D hinkriegst, dass es wie 2D aussieht, das ist einfach ultra geil, dass das geht heutzutage. Weil 3D ist einfach viel schneller gemacht als 2D. Was heißt, dass wir viel mehr coole Pseudo-2D-Filme kriegen können, weil es einfach schneller geht, obwohl sie 3D sind. Das war jetzt ein verschachtelter Satz. Aber ich fand die Menschen in diesem Film leider, der Stil, der hat mich leider teilweise abgestoßen. Also die fand ich wirklich, die sahen aus wie moderne Kunst. Die haben mir gar nicht gut gefallen. Und auch bei April, das war die einzig schöne Figur quasi. Und die sah mir dann einfach zu alt aus. Die sah nicht aus wie eine Highschoolerin. Also die Menschen haben es mir im Stil ein bisschen verkackt. Aber das hat dem Overall-Style nichts geschadet, weil die Turtles sind ja die Hauptfiguren und die sehen einfach total, die sehen super aus. Ja, also das mit den Menschen, nee, war bei mir kein Problem. Das mit der Action ebenfalls nicht. Aber wie gesagt, das darf man nicht vergessen. Ich bin halt wie gesagt auch Fan. Es gab eine richtig schöne Action-Sequenz, wo, das ist so eine Art Montage unterlegt mit Blackstreet, No Digity, was dazu geführt hat, dass ich den Song jetzt wieder geholt habe. Und den seitdem wirklich rauf und runter hole, hole. Oh, das ist falsch ausgedrückt. Ja, 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 ja. Er ist sehr großer Fan. Entschuldigt das. Ja, ja, sehr großer Fan, ja. Was ich aber ganz interessant finde, ist, ich finde, dass diese Art der Animationsfilme ja aktuell so ein bisschen in Mode kommen. Also die jetzt visuell ein bisschen mehr wagen, also die nicht, sag ich mal so glatt poliert sind, wie jetzt die Dreamwork-Sachen. Die Theorie ist ja, dass das der erste Spider, wie hieß denn der erste in der Reihe, dass der das so ein bisschen angestoßen hat. Für New Universe und dann gab es halt noch von Sony, auch wenn er auf Netflix gesandt ist, die Mitchells gegen die Maschinen. Ja, an dem muss ich auch denken. Der geschiebte Kater 2 hatte ja auch schon sehr überraschend, glaube ich, für alle, dass der so auch ausgesehen hat. Und deshalb eben Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, so heißt der in Gänze. Und ich finde es schön, also ich möchte jetzt nicht auf die, sag ich mal, Stilistik von Pixar verzichten wollen. Ich finde es auch mal ganz schön, so einen polierten Animationsfilm zu haben. Aber diese Roughness jetzt, gerade bei Mutant Mayhem, fand ich wirklich schön. Und ja, Spider-Man 2 oder Into the Spider-Man, nee, Across the Spider-Man heißt der. Gott, ich, sorry, einfach. Der, der gerade jetzt ins Kino kam, der öffentlich hat. Spider-Verse 2, der ist natürlich visuell abwechslungsreicher, der ist gewagter, da steckt auch viel mehr drin. Trotz allem hatte ich visuell mit dem Turtles-Film einfach mehr meinen Spaß, weil ich die Kohärenz mochte und halt der mich nicht so überfordert hat. Ja, nachvollziehbar, verstehe ich, verstehe ich. Trotz allem, tolles Filme, tolles Filme, ja, siehst du noch. Es ist spätlige Leute, als wenn wir das hier aufnehmen, alles tolle Filme. Und ich hatte einfach eine richtig gute Zeit und ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte wirklich, okay, das ist jetzt wieder so ein Catch-Grab-Animationsfilm und der wird vielleicht ganz nett, aber ich fand ihn wirklich gut und ich fand ihn auch richtig gut halt wegen den Turtles, weil, wie ich schon sagte zu Beginn unserer Besprechung, dafür, dass es Turtles sind, also Schulkröten, waren sie erstaunlich menschlich. Ja, und die waren auch, also was auch, was die Turtles ja auch ausmacht, habe ich mir sagen lassen, also einfach diese, erstmal diese einzelnen Charakter, Charaktere und dann, man sieht halt, dass das Brüder sind, das kommt, oder Geschwister, das kommt halt irgendwie rüber. Ich fand diese Geschwister-Dynamik auch total süß, also dieses, äh, sorry, aber ich möchte nicht in der Kanalisation bleiben, ich möchte doch nicht, dass ihr die einzigen Menschen seid, die ich sehe, bis ich sterbe. Ich meine, das möchte man mit keinem, aber einfach... Kröten, nicht Menschen. Die einzigen Kröten, nee, Schildkröten, Moment, sind Schildkröten, Kröten, okay, jetzt bin ich hart verwirrt, ähm, genau, dass, dass, sie lieben sich, sie hassen sich, sie haben ihre, ihre Streits, ähm, das fand, das kam für mich total rüber, ich weiß, ich bin jetzt ja, wie gesagt, kein, kein krasser Kenner, aber ich fand die total, die Charaktere haben mir total gut gefallen, die Figuren. Hm. Es kam auch, ich wusste ja, ich wusste ja, Donnie ist der, der Gadget-Typ und das haben sie irgendwie schön modernisiert dargestellt, Mikey ist, ist halt der, der Party-Dude, der Kleine, der war super süß, äh, der war irgendwie, ach, auch Leo, total toll, ja. Mikey war mein, ich bin ja eigentlich Team Donatello seit, äh, Anbeginn der Zeit und Mikey war für mich immer so die Figur von dem, der ich immer so nervig fand, weil der war halt immer so, ich bin der coole Typ, so, ne, aber der Mikey, den fand ich toll, zum einen ist er ja wirklich, im Gegensatz zu seinen Geschwistern, der, der schmächtigste und zum anderen ist er zwar auch so ein Plappermaul, aber er wirkt dabei nicht so überstropazier, also das fand ich echt schön. Ja, das passt ja auch zum Teenager, ne, also der war halt, er ist jetzt nicht total extrovertiert, er ist aber auch nicht introvertiert, weil er der Kleinste ist, sondern er war einfach so süß neugierig auf die Welt und irgendwie, und auch, ich bin ja Team Leo tatsächlich, also wahrscheinlich ganz klassisch, ähm, den mochte ich auch total gerne, er will halt seinem Papa gefallen, er ist der Ältere, er muss auf alle aufpassen, er muss die Gruppe zusammenhalten, ist ein scheiß Job, ähm, ja, aber der, den mochte ich da auch total gerne. Ja. Was ich noch als Kritikpunkt heranbringen kann, ist, ähm, es sind halt wirklich in diesem Film viele Figuren, das heißt hier Mutant Mayhem und wir bekommen echt viele Mutanten zu sehen und in der Marketing gab es auch mit Postern und Clips wurden die ganzen prominenten US-Sprecher, Sprecherinnen halt aufgezählt. Ich hatte das Gefühl, es sind wirklich viele Mutanten, aber es sind vielleicht zu viele, weil die wenigsten von denen bekommen wirklich ne Screentime, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, was das ist oder wer das ist und nach dem Film war es so, okay, da ist ne Riesenfliege, da ist ne Riesenfrosch, äh, da ist ne Riesenspinne und da ist irgendwie, das schreit immer seltsam. Okay, aber was für dich, du kanntest die Figuren ja nicht, meinst du, so gut. Also ich, ich kannte sie nie so gut, weil als ich kurz geguckt habe, waren das Figuren, die waren nicht so richtig Thema, die kamen wahrscheinlich dann später dazu, ähm, wir hatten ja damals nichts, Johanna, du weißt ja noch, wir hatten kein Internet, wir konnten ja immer sowas nachgucken. Wir haben halt das geguckt, was Samstagmorgens auf RTL lief, ne, und wenn das halt, ja, mal nicht lief oder so, ne, weil irgendwie der erste Irakkrieg war, dann, ne, gut, aber das guckt ja nicht hin. Ich fand, das für mich sein her, fand ich das schön und lustig und die hatten auch ein paar lustige Szenen, aber es war einfach so viele Figuren, dass ich irgendwann auch den Überblick verloren habe, was, glaube ich, auch wieder beweist, dass ich einfach alt bin. Okay, aber ich wollte auch auf den Punkt hinaus, wenn du die Figuren kennst, vielleicht ist es für die richtigen Fans, dass die ja gesagt haben, oh, geil, das haben wir hier noch als richtiger Fanservice sozusagen. Ja, ja, das, 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 das kann schon sein. Ja, aber da auch eine Kritik, ähm, auch was, was, Splinter, ähm, und eine der Figuren, da passiert ja was und das fand ich, das war, da dachte ich so, das möchte ich nicht sehen. Ja, ähm, ja, ja, gut, das, 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 das. Und was, was ich auch nicht sehen möchte, wir haben ja schon öfter drüber geredet, dass ich nicht so ganz der Horrorfilm bin und ich meine, der Film heißt Mutant Mayhem, aber einer dieser Mutanten, das sieht man auch im Trailer, wird zu einem sehr großen Mutanten und das fand ich teilweise schon auch ein bisschen gruselig. Ich glaube, Kinder sind da nicht so empfindlich wie ich, aber wenn dir so eine, so eine Giraffe im Gesicht klebt, äh, das fand ich schon so, äh, äh. Also, da muss ich sagen, dass, das, das kann, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, dass du das, das ist nicht so gruselig, das fand ich so absurd und so amüsant, vor allem, als dann. Bitte hat die Giraffe so leid. Äh, ey, ganz lustig, ich fand das so großartig mit dem, ich kann es hier nicht verraten, aber als dann plötzlich ein Teil davon abgespaltet wird nach so einem Schuss und einfach weggehalten, das fand ich so großartig. Okay, dann kann ich noch, noch eine Überleitung zu großartig Humor, April ist einmal in der Kanalisation unten und man sieht nur, wie sie offscreen guckt und sagt, na toll, da surft eine Kakerlake auf einer Kackwurst. Also man sieht sie nicht, aber April sagt das und ich dachte, okay, wie finde ich das denn jetzt? Aber im Saal war ein Kind und das Kind hat so gelacht nach dieser Zeile und dachte, okay, deswegen ist diese Zeile im Film und hat auch ihre Berechtigung. Es ist einfach, also das Kind war, glaube ich, zehn und das ist einfach die Zielgruppe und deswegen war es perfekt. Ja, gut, ich als Kind war 40 und hatte auch mal Schmerz, aber an die Teile kann ich mich nicht erinnern. Hast du auch bei der Kakerlaken-Kackwurst gelacht? Ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß nur noch, was ich noch sagen kann, ist, dass ich echt schön finde, dass sie teilweise schöne neue Wege gegangen sind, um die Figuren vorzustellen oder zu etablieren. Also gerade April O'Neil ist ja da keine, wie es sonst immer so ist, toughe, erfahrene Journalistin, sondern sie ist ja wirklich eine Highschool-Schülerin. Sieht aber viel zu alt aus. Sie ist halt ein paar Mal sitzen geblieben jetzt, John Judd, die halt Lampenfieber hat, was dann auch zu einer sehr, an die Szene kann mich erinnern, das will ich jetzt auch nicht verraten, führt, die sehr unangenehm ist. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, sie finden so viele schöne Wege, dass es immer noch so die Turtles sind, wie ich sie mir vorstelle, aber dass sie frisch wirken. Also das ist wahrscheinlich die bislang erfolgreichste Frischzellenkur, die dieses Franchise aus meiner Perspektive bekommen hat. Und Seth Rogen hat ja, glaube ich, das Drehbuch mitgeschrieben und produziert und spricht auch entweder Rock City oder Bebop, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und es ist vor zwei Tagen auch rausgekommen, dass Paramount, wie gesagt, eine Zwei-Staffel-Serie jetzt entwickelt. Und die soll der Übergang sein zu dem Sequel zu Mutant Mayhem. Und ich will ehrlich sein, ich habe Bock drauf. Also ich freue mich drauf, in vielleicht vier Jahren dann den zweiten Teil zu sehen. Und ich hoffe wirklich, dass Mutant Mayhem sich im Kino gut schlagen wird, denn er hat ja durchaus Konkurrenz. Ich glaube jetzt nicht, dass Oppenheimer jetzt so das Zielpunkt bekommen, der Tina Schmüth und Nina Turtles wegnimmt, aber Barbie könnte vielleicht der Fall sein. Immer noch meinst du? Elemental läuft sehr erfolgreich. Elemental ist erfolgreich? Okay, habe ich nicht. Elemental ist ein Sleeperhead geworden. Der ist tatsächlich jetzt über die Zeit lang, ist der echt erfolgreich geworden, weil er sich sehr lange und sehr beständig in den Kino schafft. Ach super, da kann man übrigens anmerken, Elemental ist der Film, bei dem ich meinen Top nass geweint habe, weil der mich sehr gekriegt hat. Naja, okay, das finde ich total schön. Ich finde es toll, dass wenigstens einer von uns ein Fan war, weil ich finde, das verdient dieses Fandom total. Und dass wir jetzt sagen können, dass du als Fan wirklich sagen kannst, dass der Film das geschafft hat, die Essenz zu greifen. Und gleichzeitig, was ich ja auch, du hast es gesagt, ich habe es auch erfahren, dass der eben sich oft neu erfindet, aber eben trotzdem auch eine frische Art neu erfindet. Das finde ich total schön, weil dieses, das freut mich, dass der Film da das eben geschafft hat. Und auch für mich als eben trotzdem Erstseher, ich meine, vielleicht hat mich auch die Optik erstmal gekriegt, aber trotzdem fand ich den Film, der hatte total, der hatte Seele, wenn man das so sagen möchte. Also meine Empfehlung ist wirklich, ich glaube, die gibt es bei Prime, aber du bist ja erwachsen, du wirst die Filme schon irgendwie auftreiben, aber guck dir mal den ersten Film von 1990 an. Ist das der mit den Puppen, also dass die, so wie die Dinos, so ähnlich? Nicht? Genau, genau, genau. Da habe ich schon einen Trailer gesehen, da fand ich, die Figuren sahen auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Ja, da als kleine Warnung, es gibt halt die deutsche Fassung und die internationale Fassung und ich bin halt Fan der deutschen Fassung, weil ich bin groß geworden. Das Problem ist halt, bei der deutschen Fassung haben sie den Film von der Gewalt her ein bisschen, wie soll ich sagen, gedämpft. Nicht dadurch, dass sie irgendwelche Szenen rausgeschnitten haben, sondern dass sie einfach das sogenannte Mickey Mouse-Housing angewandt haben. Das heißt, wenn da jemand geschlagen wird, hörst du dann so Glocken oder so Klingeltöne, weißt du, wie als wäre es ein Cartoon? Und das, ich habe viele jetzt gehört, die sagen, das ist über die Jahre echt scheiße geworden. Ich finde es immer noch ganz sympathisch, aber da so als kleine Vorwarnung. Aber wie gesagt, der Film ist immer noch toll und den, guck dir den mal an, ich glaube, der wird dir gefallen und wenn du ihn gesehen hast, dann kann ich dann schwärmen von den ganzen Szenen, die ich immer noch so abgöttisch liebe. Vielleicht mit den Kindern, das würde doch passen, wenn sie etwas älter sind, weil für die ganz Kleinen sind die Turtles ja nicht unbedingt was. Also meine sind 5 und 3. Das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Meine Mutter war auch nicht so begeistert, als ich den Film damals geguckt habe. Sie dachte, es läuft was anderes, aber naja, ich war schon immer ein kleiner Rebell. Okay, so, ich rebelliere jetzt auch mal und sage, lasst uns jetzt mal zu einem Fazit schreiten. Ich könnte natürlich noch eine halbe Stunde lang darüber reden, wie froh und glücklich ich mit diesem Film bin, der wie gesagt auch, und das haben wir ja auch festgestellt, auch ein paar Schwächen hat. Aber insgesamt bin ich sehr glücklich. Bevor ich also mein positives Fazit raushaue, dass ich dir jetzt die Chance, dein Fazit rauszuhauen und dann kannst du vielleicht noch ein paar Grauschattierungen mit einbringen, wenn du willst. Ach nee, ich finde, ich glaube, der Film ist für Fans gemacht und für Fans, die ihre Kinder an das Fantum andocken wollen. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel Platz einnehmen, außer dass ich es optisch total cool fand, hat mir total gut gefallen. Und als Nubi war trotzdem, ich mochte die Geschwistergenomik, ich mochte die Charaktere total gern, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Also ich würde dem Film eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Okay, ich mache auch eine Empfehlung, eine dicke Empfehlung, wenn ihr Fans der Turtles seid, auf jeden Fall angucken, auf jeden Fall im Kino, der sollte euch gefallen. Für mich der beste Turtles-Film seit dem ersten Realfilm von 1990. Kann es natürlich sein, dass so richtige Turtles-Puristen da jetzt nicht so geil darauf sind, was da passiert, aber mir hat es gefallen. Ich fand den stilistisch kohärent, aber trotzdem erfrischend und ungewöhnlich und kreativ und erzählerisch ist er auch nicht so allzu platt getrampelnden Faden unterwegs. Das hat mir auch gefallen. Kawabanga, ein Comeback. Also ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Film und er wächst auch irgendwie bei mir. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ihn vielleicht nächste Woche, wenn er startet, also wir nehmen das hier am Sonntag in der Woche vom Kino-Start auf, ihn nochmal gucken werde, weil ich habe echt Bock. Ich werde aber dann vermutlich versuchen, ihn irgendwie im Original zu erwischen, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn euch nur ein bisschen was in den Turtles gelegen ist. Damit sind wir durch. Liebe Schlogger, es war mir ein großes Fest, dich in die Welt der Turtles sein zu führen. Ja, dankeschön. Hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Freude wie ich. Hoffe, ihr guckt euch diesen Film an und habt dann auch so viel Spaß wie ich oder auch wie die werte Schlogger. Ich sage Au Revoir, denn ich bin ja ein Turtles-Feld. Und Schlogger, dir gebührt das letzte Wort. Dankeschön. Ich darf am Ende noch ein bisschen Werbung machen. Ich bin Künstlerin und Autorin. Das wurde hier schon kurz angedeutet. Unter dem Künstlernamen Schlogger findet ihr ganz viele Sachen von mir über, was schreibe ich eigentlich, über Trennung, über Streiten, über Kommunikation mit Kindern. Ich mache aber auch einfach völligen Quatsch. Zum Beispiel Star Wars-Cartoon-Bücher könnt ihr von mir auch finden über die alten Teile noch, bevor es die neue Trilogie gab. Aber bevor ich hier ausschweife, guckt einfach mal auf schlogger.de oder schloggershop.de und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.